Die Flucht und Vertreibung Deutscher aus den deutschen Ostgebieten und aus Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa während und nach Ende des Zweiten Weltkrieges von 1945 bis 1950 umfasst Flucht, Vertreibung und die erzwungene Auswanderung großer Teile der dort ansässigen deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen. Sie war eine Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und Kriegsverbrechen in Ost-Mitte-Europa und Südosteuropa während der Zeit des Nationalsozialismus und der Gebietsverluste des Deutschen Reiches, die die Siegermächte auf der Potsdamer Konferenz 1945 festlegten. Geschichte Auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 setzte Josef Stalin die Abtrennung der bereits 1939 bis 1941 sowjetisch besetzten polnischen Ostgebiete an die Sowjetunion durch. Ostpolen wurde im Zuge des Friedensvertrags von Riga 1921 polnisch. Das Gebiet hatte bis 1793 zu Altpolen gehört, mit dem polnisch-sovjetischen Geheimvertrag vom 27. Juli 1944 hatte die sowjetische Regierung anerkannt, dass die Grenze zwischen Polen und Deutschland auf einer Linie westlich von Swinemünde zur Oder, wobei Stettin auf polnischer Seite bleibt, weiter den Lauf der Oder aufwärts zur Mündung der Neiße und von hier an der Neiße bis zur tschechoslowakischen Grenze festgelegt werden soll. Auch der zweite Grenzvertrag vom 16. August 1945 mit der polnischen provisorischen Regierung der nationalen Einheit enthielt diese Festlegung. Eine verbreitete Annahme lautet, die Übergabe der Ostgebiete des Deutschen Reiches an Polen sei von Anfang an als ein Ausgleich für den Verlust im Osten gedacht gewesen. Doch diese Erklärung wurde erst später Teil der sowjetischen Begründung. Die polnischen Ostgebiete waren ethnisch heterogen, wobei in den Großstädten wie Lemberg und Wilna die Polen dominierten. Auf dem Land außer in der Gegend um Wilna Weißrussen und Ukrainer, Polen, Weißrussen und Ukrainer stellten die größten Volksgruppen, wobei um Wilna die Polen zwischen Enjemen und Pripyat die Weißrussen, südlich des Pripyat die Ukrainer die Mehrheit stellten. Tatsächlich erhoben seit 1939 polnische Kommunisten Anspruch auf deutsche Gebiete ohne einen nennenswerten Anteil ethnischer Polen und forderten die Entfernung der Deutschen aus diesen Gebieten. Die bürgerliche polnische Exilregierung in London erhob Anspruch auf Teile Ostpreußens und Schlesiens, in denen es eine polnische Minderheit gab. Die Forderung einer Oder-Neiße-Linie hatte eine bis 1917 zurückreichende Geschichte und erhielt Nahrung durch das Versprechen Stalins von 1941, gegenüber Wladyslaw Sikorski, dass die künftige Westgrenze Polens die oder sein werde. In der polnischen Westforschung waren diese Vorstellungen in Entgegnung auf die deutsche Ostforschung auf eine bis in 10. Jahrhundert zurückreichende Argumentationsbasis gestellt worden. Daraus ergab sich bei Kriegsende die Einrichtung des bis 1949 bestehenden Ministeriums für die wiedergewonnenen Gebiete. Der Flucht und Vertreibung von Deutschen aus den Ländern östlich von Oder und Lausitzer Neiße ging die Massendeportation und die Ermordung von Juden, Polen und Russen in den im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht eroberten Gebieten voraus. Millionen von Menschen wurden zur Zwangsarbeit in das Deutsche Reich verbracht. Volksdeutsche aus Südtirol und Russlanddeutsche wurden in den eroberten Gebieten im Osten der Reichsgrenze neu angesiedelt und sollten dort neue, deutsche Siedlungsinseln bilden. Bereits ab Sommer 1941 forderten die polnische und die tschechoslowakische Exilregierung in London Grenzkorrekturen nach dem Sieg über das Deutsche Reich. Dies sollte ausdrücklich die Entfernung der deutschen Bevölkerung aus diesen Gebieten und auch aus dem übrigen Staatsgebiet einschließen. Die polnische Exilregierung begründete ihre Forderung damit, dass die deutschen Gebiete eine Entschädigung für die Verluste an Gütern und Menschen während der Besatzungszeit sein sollten, und verwies dabei auf die Verbrechen der Nationalsozialisten im Generalgovernment. Stalin rechnete damit, dass die Sowjetunion mit der Vertreibung und Enteignung von Millionen Deutschen gegenüber Polen und der Tschechoslowakei dauerhaft als Garantie macht, eines neuen Status quo auftreten zu können. Mit diesem Kalkül hatten das zaristische Russland und später die Sowjetunion bereits im Nordkaukasus Vertreibungen als Mittel der Politik angewandt. 1944 ließ Stalin einige Bergvölker nach Mittelasien deportieren. Die geforderte Vertreibung der Deutschen wurde mit einem Verweis auf das Verhalten der deutschen Besatzer zu legitimieren versucht. Hinzu kamen insbesondere in Polen sozioökonomische Ziele. Weite Gebiete Ostmitteleuropas galten damals als überbevölkert. In einem Rechtsgutachten, das hinsichtlich der Sudeten Deutschen im Auftrag der bayerischen Staatsregierung 1991 erstellt wurde, kam der UN-Völkerrechtsberater Felix R. Makora zu folgendem Ergebnis. Potsdamer Beschlüsse Auf der Potsdamer Konferenz 1945 wurden die neuen Staatsgrenzen in Ostmitteleuropa von den Alliierten der Form nach erst vorläufig festgeschrieben, als die deutschen Gebiete jenseits von Oder und Nase polnischer und sowjetischer Verwaltung unterstellt wurden. Von einer endgültigen Übergabe an die Sowjetunion vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der territorialen Fragen bei der Friedensregelung, ist explizit nur für die Stadt Königsberg und das anliegende Gebiet die Rede. Laut Protokoll erklärten die Regierungen der USA und Großbritanniens, bei einer kommenden Friedenskonferenz den sowjetischen Anspruch auf das Gebiet um Königsberg unterstützten zu wollen, während eine derartige Erklärung zugunsten Polens nicht dokumentiert ist. In Abschnitt IXB wird bestimmt, dass die frühe deutschen Gebiete einschließlich des Teiles Ostpreußens, der nicht unter die Verwaltung der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken gestellt wird, und einschließlich des Gebietes der früheren freien Stadt Danzig unter die Verwaltung des polnischen Staates kommen und in dieser Hinsicht nicht als Teil der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland betrachtet werden sollen. Wobei die endgültige Festlegung der Westgrenze Polens bis zu der Friedenskonferenz zurückgestellt werden soll. Bereits einige Wochen zuvor hatte die Sowjetunion die Verwaltungshoheit dieser Gebiete an Polen übertragen. Sie sind in der Mitteilung über die Drei-Mächte-Konferenz von Berlin deutlich von den vier Besatzungszonen unterschieden, die in Abschnitt III als ganz Deutschland bezeichnet werden, das als eine wirtschaftliche Einheit zu betrachten sei. IIIa II. Soweit dieses praktisch durchführbar ist, muss die Behandlung der deutschen Bevölkerung in ganz Deutschland gleich sein. Dazu gehört auch in Abschnitt III Ordnungsmäßige Überführung deutscher Bevölkerung steile, dass die Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, vorübergehend unterbrochen werden soll und der alliierte Kontrollrat in Deutschland zunächst das Problem unter besonderer Berücksichtigung der Frage, einer gerechten Verteilung dieser Deutschen auf die einzelnen Besatzungszonen prüfen soll. Die Knappheit der Formulierungen wurde ab dem Frühjahr 1946 zu der Behauptung genutzt, Die Abtrennung sei nicht endgültig gemeint gewesen, da die Regelung von Gebietsfragen wie der Finaldelimitation auf alle Western Frontier auf Poland einer Friedensregelung vorbehalten wurde. Versuchen der Sowjetunion, die Potsdamer Beschlüsse insoweit als endgültige Entscheidung zu werten, waren die Vereinigten Staaten entgegengetreten und die bereits laufende Vertreibung ist nicht durch das Abkommen akzeptiert worden. Zwangsaussiedlung Die Umsiedlungen sollten in einer humanen Art geschehen im Bericht von Francis C. Weiter an das US-Repräsentantenhaus wurde vermerkt, dass die Transporte keineswegs dieser Bestimmung entsprachen. Tatsächlich führte die internationale Kontrolle dazu, dass die Zwangsaussiedlung ab Anfang 1946 in wesentlich geordneterer Form vor sich ging als in den sogenannten wilden Vertreibungen in den Wochen und Monaten vor und noch unmittelbar nach der Konferenz. Dennoch kam es zu zahlreichen Verbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung und sehr vielen Todesfällen in den Internierungslagern und Gefängnissen. Bei den Vertreibungsgebieten handelte es sich um, an Polen durch die Alliierten zu erkannte Teile des Deutschen Reiches wie das südliche Ostpreußen, Danzig-Westpreußen, das östliche Pommern und die Neumarkt-Brandenburg sowie Schlesien, den nördlichen Teil Ostpreußens, der entsprechend dem Potsdamer Abkommen der Sowjetunion zugeschlagen und in die russische Teilrepublik eingegliedert worden war, das zwischen Deutschland und Litauen lange umstrittene Memeland-Gebiete, die seit 1919 dem Deutschen Reich abgesprochen wurden, in denen aber nach wie vor viele Deutsche lebten, weitere deutsche Siedlungsgebiete in den baltischen Staaten, das Sudetengebiet, den südlichen Böhmerwald sowie Südböhmen und Südmeeren, also die nördlichen, südlichen und westlichen Randgebiete der Tschechoslowakei, Prag, Brün, Olmütz und deutsche Sprachinseln, mehrere Regionen in Südosteuropa, vor allem in Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien und Slowenien, Ljubljana, Celje, die Gottsche, siehe auch Jugoslawien, zahlen zu Flucht und Vertreibung, etwa 12 bis 14 Millionen deutsche und deutschstämmige Angehörige verschiedener Staaten zwischen 1944, 1945 und 1950 waren von Flucht und Vertreibung betroffen, Mehrere hunderttausend Menschen wurden in Lagern inhaftiert oder mussten teilweise jahrelang Zwangsarbeit leisten. Aufnahme in den Besatzungszonen in Deutschland stand, Dezember 1947, Ob nicht nur die Menschen als Vertreibungsopfer anzusehen sind, die Verbrechen zum Opfer fielen, sondern auch diejenigen, die die Vertreibung aus vielfältigen Gründen nicht oder nur ein paar Jahre lang überlebten, ist umstritten. Man ging unter dem Einfluss der vertriebenen Verbände lange von rund 2,1 Millionen Todesfällen aus. Dabei wurden alle unaufgeklärten Fälle als Todesfälle und alle Todesfälle als vertreibungsbedingt gedeutet. Da die Grundlage die rechnerische Differenz zwischen den statistischen Angaben von 1939 und 30 und Angaben von 1948 bildete, enthielt diese Differenz auch die in den Vernichtungslagern getöteten ostdeutschen Juden. Der Bund der Vertriebenen geht gleichwohl weiterhin von etwa 2 Millionen Toten aus. Einige neuere Schätzungen sprechen lediglich von bis zu 600.000 bestätigten Todesopfern zwischen 1944 und 1947. Der Freiburger Historiker Rüdiger Overmans betont, aus Gründen der Gewissenhaftigkeit könnten nur Tote als Tote gezählt werden, während unklare Fälle geklärt werden müssten. Er gibt die Zahl der Todesfälle, die aufgrund der Registrierung und Nachforschungen in der Nachkriegszeit nachgewiesen oder zumindest plausibel gemacht seien, mit ca. 500.000 an. Eine große Zahl von Frauen aller Altersgruppen wurde vergewältigt. Ein großer Teil des privaten Eigentums der Ost- und Sudetendeutschen wurde entschädigungslos konfisziert. Auch das öffentliche und kirchliche deutsche Eigentum in diesen Gebieten wurde enteignet. Zu den 14 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen kamen vor allem ab Ende der 1950er Jahre über 4 Millionen Deutsche oder Deutschstämmige, Aussiedler. Das Statistische Bundesamt ermittelte 1950 eine Gesamtzahl von etwa 12 Millionen Vertriebenen in den beiden deutschen Staaten. Aufgrund der Differenz zwischen der Wohnbevölkerung der Vertreibungsgebiete Ende 1944 und den 1950 erfassten Vertriebenen ermittelte das Statistische Bundesamt 2,2 Millionen ungeklärte Fälle, die als Würtreibungsverluste oft mit Todesopfern gleichgesetzt werden. Das Bundesarchiv berichtete 1974 von mindestens 600.000 bestätigten Toten in unmittelbarer Folge der Verbrechen im Zusammenhang mit der Vertreibung. Problematisch ist dabei, dass zum Beispiel für die Tschechoslowakei 130.000 Todesopfer angegeben werden, wohingegen die deutsch-tschechische Historikerkommission 15,000 zu 30,000 Vertreibungsopfer anführt. Bei den genannten Zahlen wurden jedoch die Menschen nicht mitgezählt, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf den Fluchtwanderungen oder in den Notunterkünften in Deutschland oder bei Deportationen in die Sowjetunion aufgrund von Erschöpfung und Entkräftung, mangelnder Hygiene, unzureichender Ernährung oder mangelndem Heizmaterial starben. Die Frage, inwieweit diese Todesopfer in der Gesamtzahl der Vertreibungsopfer berücksichtigt werden soll, ist umstritten. Während beispielsweise der Berliner Historiker Ingo Herr dem Bund der Vertriebenen vorwirft, bewusst mit überhöhten Opferzahlen zu argumentieren, bemängelt Overmans einerseits eine politische Instrumentalisierung der Zahlen und andererseits, dass die Fachwissenschaftler bisher der Zahlendiskussion aus dem Weg gegangen seien. Flucht und Vertreibung aus der Tschechoslowakei Hauptartikel Neubesiedlung der Vertreibungsgebiete In den von deutschen verlassenen Gebieten des Nachkriegs Polen wurden unter anderem ebenfalls umgesiedelte Polen aus dem ehemaligen Ostpolen, dem westlichen Drittel des heutigen Weißrussland und der westlichen Ukraine angesiedelt. Ein Teil dieser nun zwangsumgesiedelten ca. 1,2 Millionen Polen hatten sich dort ihrerseits erst nach dem Ersten Weltkrieg niedergelassen. Die Zahl der Zuzügler in die nun an Polen gefallenen Gebiete war jedoch geringer als die von dort vertriebene deutsche Bevölkerung. Den größten Teil der Neusiedler in den Oder-Neiße-Gebieten bildeten Polen aus den traditionell polnischen Gebieten. Hinzu kamen rund 400.000 Ukrainer und nicht allzu viele Weißrussen. Die Ursache dafür war, dass auch westlich der heutigen polnischen Ostgrenze von jeher eine bedeutende weißrussische und ukrainische Minderheit lebte und lebt, insbesondere in den Regionen Bialystok und Prämissel. Diese Gruppen galten der polnischen Regierung nach 1945 als potenziell unzuverlässig bzw. als mögliche Argumente für neue sowjetische Forderungen an Polen. Deswegen wurde ein Teil von ihnen in Richtung Osten zwangsumgesiedelt, ein anderer Teil jedoch nach Westen, vor allem nach Niederschlesien und hinter Pommern. Diese innerpolnische Zwangsumsiedlung dauerte von Ende April bis Ende Juli 1947. Die verantwortlichen Politiker und Militärs nannten sie Aktion Weichsel. Zu den polnischen, ukrainischen und weißrussischen Neusiedlern kamen einige 10.000 aus Ostpolen stammende polnische Zwangsarbeiter in Deutschland, die nach 1944-45. durch die Westverschiebung ihres Heimatlandes heimatlos geworden waren und nun in für sie fremden Regionen sesshaft werden mussten. Heute wohnen in diesen etwas dünner besiedelten Gebieten nach der Massenvernichtung der jüdischen Bevölkerung und der Zwangsumsiedlung der meisten Polen, die dort oft die Oberschicht stellten, fast ausschließlich Weißrussen, Litauer, Ukrainer und Russen. Eine größere polnische Minderheit lebt bis heute in der Umgebung von Wilna. In der an die russische Sowjetrepublik gefallenen Oblast Kaliningrad wurden vorwiegend Russen, aber auch Weißrussen und Ukrainer angesiedelt. Hinzu kamen ehemalige Soldaten sowie Strafgefangene und Zwangsarbeiter. Das Gebiet wurde zu einem Militärsperrbezirk, in den selbst Sowjetbürger nur mit Sondergenehmigung einreisen konnten. Rund 50% der Orte wurden nicht wieder besiedelt. Der südliche Teil von Ostpreußen wurde unter polnische Verwaltung gestellt. Im Sudetengebiet wurden vor allem Tschechen aus dem Landesinneren, Slowaken, Ungarn, griechische Bürgerkriegsflüchtlinge sowie sehr viele Rummer aus der Slowakei angesiedelt. Hinzu kamen als Repatrianten bezeichnete Tschechen, die aus Familien stammten, die früher nach Frankreich, die USA oder in andere Länder ausgewandert waren. Insbesondere nach der Besiedlung der Grenzgebiete durch Rummer entstanden viele soziale Konflikte, welche sich vor allem nach der samtenden Revolution verschlechterten. Motive der Vertreibung Die Vertreibungen von Deutschen aus dem Osten hatten mehrere Ursachen. Vor dem Zweiten Weltkrieg ließen sich deutsche Volksgruppen in diesen Staaten für nationalsozialistische Zwecke instrumentalisieren. Sie wurden schließlich durchgehend nach dem Führerprinzip organisiert. Die Sudetendeutsche Partei Konrad Henleins betrieb separatistische Politik. Außerdem erhielten Sudetendeutsche 1938 die Reichsbürgerschaft. Die nationalsozialistische Expansions, Raub- und Ausrottungspolitik während des Zweiten Weltkrieges zerstörte die Beziehungen zwischen den deutschen Volksgruppen und der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung in Mittel- und Osteuropa massiv. In den von deutschen Herren Menschen, teilweise als Untermenschen bzw. als Menschen minderen Ranges angesehenen und behandelten Völkern, begannen bald Partisanengruppen gegen die deutschen Besatzer zu agieren. Der NS-Machtapparat reagierte darauf mit brutalster Härte, oft gegen völlig Unbeteiligte. In den osteuropäischen und südosteuropäischen Ländern übernahmen die deutschen Volksgruppen Besatzungsaufgaben. Die tschechoslowakische Exilregierung erhielt daher von den Alliierten schon während des Krieges die Zustimmung zur Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Die Vertreibung von Deutschen aus den heutigen polnischen Westgebieten steht in Zusammenhang mit der sogenannten Westverschiebung Polens, der von Stalin angeordneten Zwangsumsiedlung der Polen aus den von der Sowjetunion 1945 annektierten Gebieten Ostpolens, die 43% des polnischen Staatsgebiets in der Zeit zwischen den Weltkriegen ausmachten. Diese Gebiete waren teilweise erst als Resultat des polnisch-sovjetischen Krieges zum 1918 wieder gegründeten Polen gelangt. Viele der in den neuen polnischen Westgebieten ab 1945 angesiedelten ethnischen Polen kamen aus diesen Gebieten. Für einige der ost- und mitteleuropäischen Regierungen, die oft im Rahmen eines nationale Front oder Volksfront genannten Parteienbündnisses regierten, in dem die Kommunisten auch ohne Mehrheit den Ton angeben konnten, war die Vertreibung der Deutschen ein stabilisierender und motivierender Faktor. Der Antikommunismus deutscher Wähler hätte es wesentlich schwieriger gemacht, die Volksdemokratie nach Moskauer Planung durchzusetzen. Die sowjetische Schutzmacht wurde nun auch dazu benötigt, sich vor Revaschismus der vertriebenen Deutschen zu schützen. Der Besitz von Vertriebenen wurde zumeist spontan geplündert und oder letztlich entschädigungslos konfisziert. Politiker, die über die Verteilung dieses Vermögens entschieden, konnten für ihre Parteien, wie das Beispiel Tschechoslowakei zeigt, Wettbewerbsvorteile lukrieren. Mit der Vertreibung der Deutschen schufen einige Nachkriegsregierungen außerdem in Anknüpfung an ältere, keineswegs nur kommunistische Vorstellungen von ethnischer Homogenität national weitgehend homogene Staatswesen. Das Ziel war, sich möglichst vieler Konflikte der Vorkriegszeit, die auf dem multinationalen Charakter dieser Staaten als Vielvölkerstaaten beruhten, zu entledigen.